Ein 24 Millionen Dollar Penthouse, eine 30 Millionen Dollar Villa und am Ende des Videos bekommen wir sogar eine Tour durch Ronaldos Haus. Aber fangen wir mit einer Fußballlegende an, David Beckham. Er und seine Frau Victoria haben über die Jahre prächtig verdient. Ihr Vermögen wird auf 450 Millionen Dollar geschätzt. Und nachdem sie häufig in Miami sind, haben sie sich eine der teuersten Penthouse Wohnungen gekauft. Puh, das, das verschlägt mir die Sprache. Und falls ihr euch fragt, wie bekommt man sowas? Man wird einer der erfolgreichsten Fußballspieler und legt 24 Millionen Dollar für das Ganze auf den Tisch. Das Penthouse befindet sich im exklusiven 100 Museum Building und wurde wie ein 7-Sterne-Hotel gebaut. Es gibt mehrere Terrassen, auf denen die Beckhams die Sonne genießen können und natürlich mit Blick auf den Ozean und die Miami Skyline. Und natürlich einen Pool. Das Ganze erstreckt sich auf über zwei Stockwerke und man findet ein riesiges Fitnessstudio im Turm und natürlich begehbare Kleiderschränke im Apartment. Die Probleme der Schönen und Reichen. Insgesamt gibt es fünf Schlafzimmer, sechseinhalb Bäder, alles auf über 1026 Quadratmeter verteilt. Und hey, falls mal wieder zu viele Paparazzi vor der Tür stehen, dann kann sich Becks ganz einfach zum Helikopterlandeplatz begeben und mit dem Heli wegfliegen. Zum Beispiel zu seinem eigenen Fußballclub Inter Miami, den er 2018 mit anderen Partnern gründete. Oder er fliegt zu eines seiner anderen Immobilien. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge. Von London bis Dubai, da ist für jeden was dabei. Und als er noch in Los Angeles spielte, da wohnte die Familie in dieser Villa. Auch nicht schlecht. Die haben sie aber verkauft. Für 30 Millionen Euro, falls einer von euch zuschlagen will. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wie wohnt eigentlich einer der besten Stürmer der Welt? Robert Lewandowski wuchs in Warschau in Polen auf. Aber 2010 kam er nach Deutschland und veränderte für immer die Bundesliga. Erst bei Dortmund und ab 2014 beim FC Bayern. Aber 2016 fing er an sich Gedanken über die Zeit nach dem Fußball zu machen. Er wollte eine moderne Bleibe in seiner Heimat. Und als er von den Apartments im Slotter 44 Turm in Warschau erfuhr, da schlug er zu. Kostenpunkt geschätzte 7,5 Millionen Euro. Ja, der Blick ist traumhaft. So würde ich auch gerne aufwachen. Und hey, Platz scheint es ja genug hier zu geben. Mhm, schönes Bad. Was für eine tolle Leseecke. Oder ein klasse Ort, wo man uns auf YouTube schauen kann. Noch dazu gibt es einen 25 Meter Pool in dem Gebäude, einen eigenen Weinkeller für die Bewohner und einen Golf-Simulator. Wenn Robert mal langweilig werden sollte. Und wenn ihm das zu viel Bewegung ist, dann kann er sich auch in das eigene Kino im Slotter 44 Turm zurückziehen. Ganz nett, denkt sich wahrscheinlich Mappé. Denn der ist der zweitbestbezahlte Fußballer der Welt. Geschätztes Einkommen. 128 Millionen Euro pro Jahr. Angefangen hat alles in einem Vorrat von Paris. In diesem Schlafzimmer. Ja, das sind mal viele Ronaldo-Poster. Und als er 2015 bei Monaco Profi wurde, da dauerte es nicht lange, bis Paris Saint-Germain zurück in die Hauptstadt holte. Und ihn dort zu einem der bestbezahlten Fußballer machte. Und daher gönnte sich Mappé diese Bleibe im Herzen von Paris. Gute 600 Quadratmeter groß, verteilt auf zwei Etagen. Und was für ein Blick auf den Eiffelturm. Dazu zwei Terrassen, eine natürlich mit Jacuzzi und der Preis der Wohnung dreieinhalb Millionen Euro. Und sein Teamkollege von Piaget, ja, der legte nochmals einen drauf und kaufte sich für 10 Millionen ein Traumhaus. Neymar kaufte sich das Ganze 2017. Es befindet sich in der Nähe von Rio de Janeiro in Brasilien. Ein wunderschöner Ort, wo zum Beispiel schon einige Filme gedreht wurden. Zum Beispiel Expandables. Es gibt sechs Schlafzimmer und Bäder, einen Weinkeller, der Platz hat für 3000 Weinflaschen, ein eigenes Gym, das groß genug ist für eine ganze Fußballmannschaft. Und falls Neymar langweilig wird, dann kann er den Tennisplatz nutzen oder den Beachvolleyballplatz oder den Fußballplatz oder den Basketballplatz oder einfach am Pool relaxen. Und wenn er einfach mal schnell wohin will, dann nimmt er sich den Heli. Denn er hat ja einen eigenen Helikopterlandeplatz. Oder er schippert mit seiner Jacht davon. Für die gibt es auch einen eigenen Ankerplatz. Und 2021 kaufte er sich eine weitere Villa. 3 Millionen Euro gab er für dieses schöne Ding in Sao Paulo aus. Es gibt eine riesige Garage, man hat eine wunderschöne Aussicht, es gibt einen Squashcourt, einen Pool, sieben Schlafzimmer und eine eigene Bar. Und ich dachte, es wird nicht mehr besser. Aber dann habe ich Messis Haus in Barcelona gesehen. Als er dort Profi wurde, da kaufte er sich das Ganze für 2 Millionen Euro und steckte nochmal 6 Millionen fürs Renovieren hinein. Und jetzt gibt es dort alles, was sein Herz begehrt. Innen gibt es ein riesiges Fitnessstudio mit Laufbändern, Hanteln und Geräten, einen Basketballraum. Und wie wäre es mit diesem Zimmer, das nur für Trikots bestimmt ist, aber im Garten, da wird es richtig verrückt. Wie wäre es mit einem riesigen Pool mit Blick auf die Berge und dem Meer? Und natürlich einem eigenen Fußballplatz, wenn sein Hund ihn spielen lässt. Aber das Ganze ist nicht nur für ihn. Nein, er wollte, dass seine ganze Familie hier Spaß hat. Deswegen ließ er einen eigenen Spielplatz für seine Kinder bauen. Aber hey, lasst euch nicht von diesem Lächeln täuschen. Er ist nicht immer so entspannt. Als Messi das Haus kaufte, wurde er gefragt, ob er auch das Grundstück nebenan kaufen wollte. Aber er brauchte ja nur ein Haus. Daher schlug er das Angebot aus, was er schnell bereute. Denn die Besitzer entschlossen sich daraufhin, das Ganze auf Wochenbasis zu vermieten. Und fast jede Woche kamen neue Leute. Und wenn Messi entspannt im Bett lag oder auf der Couch, da machten die Nachbarn Party. Und da wurde Messi klar, hey, ich bin zu reich für sowas. Und er löst er das Problem auf seine Weise. Er kauft ihr das Haus der Nachbarn, um endlich seine Ruhe zu haben. Und wenn er doch mal weg will, dann entspannt er hier in seinen zwei Luxus-Apartments in Miami. Doch nichts ist so beeindruckend wie das Immobilien-Imperium von Ronaldo. Denn das wird auf gute 45 Millionen Euro geschätzt. Da gibt es zum Beispiel das teuerste Apartment in Lissabon, das er 2019 für gute 7 Millionen Euro kaufte. Oder natürlich sein Ferienhaus auf Marbella. Und seit ein paar Monaten gibt es da noch diese Villa 40 Kilometer von Lissabon, die gerade renoviert wird. Circa 11 Millionen Euro hat die gekostet. Aber die Frage, die wir uns alle stellen, wie schaut so ein Haus von Ronaldo denn innen aus? Und vor ein paar Jahren, da durften wir einen Blick in sein Haus in Madrid werfen. Das Haus wurde auf rund 6,2 Millionen Euro geschätzt und ist eine moderne und geräumige Villa mit sieben Schlafzimmern, acht Badezimmern, einem Fitnessstudio, einem Spa, einem Heimkino, einem Spielzimmer und einem großen Swimmingpool. Und hier eines der Lieblingszimmer von Ronaldo, seinem Schlafzimmer. Denn er sagt immer, dass es extrem wichtig ist, dass er sich ausruht. Aber was ist das, Ronaldo? Eine Leopardendecke? Ja, schön hier. Hier ist ein Wohnzimmer, wo er oft Fußball schaut. Und hier die Küche mit einem großen Essbereich. Es gibt auch ein separates Esszimmer, das perfekt für Dinnerpartys ist. Und hier eine kleine Ecke zum Chillen. Und was für ein großer Garten, der viel Privatsphäre bietet. Insgesamt ist das Grundstück rund 8000 Quadratmeter groß. Also genügend Platz, um sich auszutoben. Und damit es keine Missverständnisse gibt, wem das Haus gehört, hat Ronaldo seine Initialen an der Tür eingraviert. Es befindet sich in dem Viertel La Finca, einem der luxuriösesten Viertel in Europa. Und es ist nur 10 Minuten von Madrids Stadtzentrum entfernt. Und zu seinen Nachbarn gehörten damals unter anderem zahlreiche Fußballer, wie zum Beispiel Zidane, Ika, Casillas und Ramos. Man weiß aber nicht mehr, ob dieses Haus Ronaldo noch gehört. Oder ob er es nach seinem Wechsel nach Turin verkauft hat. Und wenn ihr euch fragt, hey, für was geben Fußballer eigentlich noch ihr Geld aus? Dann schaut euch dieses Video an. Da sind ein paar verrückte Dinge dabei. Bye-bye.